Schön, dass ihr wieder dabei seid. Podcast-Reihe durch die Bibel lesen und wir befinden uns hier in der Bibellese in der Bergpredigt und lesen das Matthäusevangelium und darum die Frage, wie wörtlich muss ich die Bergpredigt nehmen? Wie wörtlich muss ich die Bergpredigt nehmen? Also die Bergpredigt ist zunächst einmal die erste ganz große Rede im Matthäusevangelium Kapitel 5 bis 7 und diese Rede beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Wir lesen sie mit der Frage, muss ich sie wörtlich nehmen? Man nennt diesen Teil der Seligpreisungen überhaupt die Bergpredigt auch die Magna Carta des Königreiches Jesu, also die Regierungserklärung des Königreiches Jesu, die Thronrede Jesu. Und was er sagt, das ist noch viel krasser als der Unterschied zwischen dem neuen amerikanischen Präsidenten und Donald Trump. Er hat eine ganz andere Sprache und er bringt Dinge jetzt zu seinem Volk, die ihnen von der Sache her weitgehend fremd waren. Jesus will uns ein Kontrastprogramm zu dieser Welt aufzeigen. Und deshalb können Menschen, die nicht die Bibel als Wort Gottes anerkennen, mit der Rede, mit der Bergpredigt nichts anfangen. Da wird ganz viel Unsinn geredet. Da sagen Leute von den Kanzeln, das müssen wir doch jetzt in unserer Gesellschaft umsetzen, daraus müssen wir Realpolitik machen. Ich halte das für nicht möglich, weil ein Mensch, der sich nicht dem Willen und dem Worte Jesu unterstellt, wird noch nicht einmal einen Hauch von Ahnung haben, was Jesus hier überhaupt meint. Um es vorweg zu sagen, diese Rede ist an die Jünger Jesu geredet. Es ist Jüngerlehre. Hat sich ja zwölf Jünger berufen und viele Aussagen sind ganz speziell Jüngerlehre. Jünger sollen das Evangelium weitergeben, den Willen Gottes dieser Welt klar machen. Sie sind es, die lernen soll, was in den Augen Gottes wirklich wichtig ist und wie anders Gott diese Welt beurteilt, als wir das tun. Und das ist krass. Das muss man erst mal langsam kapieren und auch mal sacken lassen. Deswegen ist es so spannend, gerade die Bergpredigt zu lesen. Jesus sagt, Menschen, die in seinem Königreich leben, erfahren die Zuwendung Gottes. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 4 in den Seligpreisungen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also hier sind Menschen angesprochen, die Trauer um einen verstorbenen Angehörigen haben. Zum Beispiel. Hier sind alle gemeint, die unter körperlichen Leiden stehen, die aufgeben möchten. Und Gott reagiert auf diese Haltungen mit seinem Zuspruch, so wie eine Mutter ihr weinendes Kind tröstet und ihm immer wieder neuen Mut zuspricht. Also da ist ganz konkreter Zuspruch da. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Gott, der Tröster. Wunderbar. Und weiter geht es mit vielen Aussagen in der Bergpredigt, die dir sagen, wie dein Lebensstil als Nachfolger aussehen kann. Ich sage kann, weil ihr seid noch lange nicht alle und ich schließe mich da ein. Wir sind noch lange nicht alle am Ziel. Das ist ein lebenslanger Prozess, dass wir verstehen, was diese Magna Carta, diese Thronrede Jesu mit unserem Leben bewirken will. Ich denke an Matthäus 5, Vers 13. Ihr bekommt das eingeblendet. Ihr seid das Salz der Erde. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Nimm das doch bitte ganz wörtlich. Du bist jeden Tag Licht dieser Welt. Du bist ja der Nachfolger von Jesus, dem Licht der Welt. Und alles, was du tust, 24 Stunden am Tag, ist ein Hinweis auf das Licht dieser Welt. Und deswegen sollte ich nicht besoffen Auto fahren, keine Bank überfallen, sollte nicht meine Nachbarn anmotzen, sondern ich soll ihnen etwas weitergeben von der Größe Jesu. Ich soll ihnen etwas bezeugen in Wort und in Tat, in der Tat. Und warum? Sie sollen unsere guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel. Also bitte wörtlich nehmen und umsetzen in deinem Alltag. Dazu bist du eingeladen. Jetzt wird es noch krasser. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Okay, das würde auch ein Nichtchrist noch akzeptieren. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Okay, das akzeptiert jeder Heide. Er wird verurteilt dafür und wandert vielleicht 15 oder 20 Jahre ins Zuchthaus. Ich aber sage euch, sagt Jesus, jetzt kommt das Unfassbare, die Thronrede Jesu an seine Jünger. Ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Das war ein Gremium, das damals auch Menschen verurteilte. Wer aber sagt, du Narre, du Beklopter, du Spinner, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ich finde das krass. Als ich vor vielen Jahren Christ wurde, mit zwölf Jahren, da war ich ja noch ein Kind. Und da kam es mir noch gar nicht so in den Sinn, einem Menschen so krass zu verurteilen, mit ihm zu zürnen. Das war bei ihm Geschwisterkreis so. Aber ihn für einen Nichtsnutz erklären oder gar für einen Idioten. Das war noch nicht in meinem Denken. Und da wurde ich älter und ich habe die Welt eingeteilt in Idioten und Nicht-Idioten. Und das kommt manchmal auch, kam manchmal auch beim Autofahren raus, habe ich plötzlich irgendwas, irgendeiner hat einen Fahrfehler gemacht und dann war der andere ein Idiot. Und Jesus sagt, wenn du deinen Bruder, deine Schwester in der Gemeinde, die du kennst und die du eigentlich auch schätzt, wenn du die zu Idioten erklärst und sie herunterziehst, ihren Wert, den Gott ihnen gegeben hat, ablehnst, dann lehnst du damit auch Gott ab. Dann wirst du dafür das Gericht erwarten. Dann werden wir dafür auch dementsprechend beurteilt von Gott. Da bin ich ganz sicher. Muss ich das wörtlich nehmen? Ja und nochmals ja. Wir dürfen und wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes anders leben. Und wenn in dir dieser Drang ist, einen Menschen schlecht zu machen, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen, dann widersteh dem, tue Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen in Jesus. Und du kannst anders leben. Und dann beuge dich nicht deinen Unmöglichkeiten, die du vielleicht für normal hältst. Ja, bei den Aussagen zur Ehe, die jetzt auch in der Bergpredigt folgen, müssen wir allerdings etwas differenzieren. Ich lese aus Matthäus 5. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Also ganz krass, Jesus spricht übrigens etwa 50 Mal von der Existenz einer Hölle. Darüber will heute keiner mehr etwas wissen, aber es bleibt Realität. Muss ich die Bibel an dieser Stelle ernst nehmen und die Berg? Ja, wörtlich nehmen. Es gibt eine Hölle. Jesus sagt es uns. Er kommt aus dem Himmel, aber er kennt auch die Existenz eines Ortes, wo man völlig ohne Gott lebt und wo keine Freude, keine Liebe, keine Geborgenheit herrscht. Aber hier steht eben auch deutlich drin, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Das heißt, Gott schützt die Ehre einer Frau, Gott schützt mich mit meinem sexuellen Trieb und er schützt auch die Ehe und die Familie. Ehebruch ist kein Pappenstil und Ehebruch fängt beim Begehren an. Du kannst nicht verhindern, dass die Gedanken über deinem Haupt kreisen, sagte Martin Luther, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Also dass man mal an eine andere Frau denkt oder sie schön findet oder erotisch findet, das ist überhaupt gar kein Thema. Und das ist auch keine Sünde. Aber wenn ich mir Gedanken mache, wie kann ich eine Frau verführen und begehren, wie kann ich sie auf meine Seite ziehen und sie mit ihr schlafen, dann ist das schon Sünde, sagt Jesus. Und das ist auch wörtlich zu nehmen und nicht irgendwie indirekt. Gar keine Frage. Die Folgen eines Ehebruchs sind so schwerwiegend, sagt Jesus, dass du lieber einen Arm oder ein Auge verlieren könntest, als in die Hölle geworfen zu werden. Die Folgen eines Lebens gegen Gottes gute Richtlinien sind so gravierend, dass du wirklich besser ohne Auge oder Arm leben könntest, als dann ohne Gott die Ewigkeit verbringen zu müssen. Aber natürlich meint, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass Jesus hier nicht buchstäblich, also du hast gesündigt, du hast die Ehe gebrochen und dafür lasse ich mir ein Bein amputieren. Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber es soll dir vor einem Ehebruch deutlich gesagt werden, im Königreich Gottes ist das nicht akzeptabel. Im Königreich Gottes soll es das nicht mehr geben. Diese Magna Carta macht den Unterschied zwischen Menschen, die Gott gehorchen in Jesus Christus und Menschen, denen Gottes Wort Schnitzeputz egal ist. Und er schützt die Menschen. Er schützt auch uns mit diesen Anordnungen und Reden in der Bergpredigt. Also die Dramatik und die Warnung für unser Tun, in diesem Falle Ehebruch, bleibt wahr und ist kein Sinnbild, sondern Realität und auch die Hölle ist nicht ein Sinnbild, sondern Realität. Also ihr Lieben, Jesus ist kein Weichei. Das werdet ihr merken, wenn ihr die Bergpredigt leset. Er redete manchmal knallhart. Und unsere Aufgabe ist es, den Sinn hinter seinen Worten zu entdecken und Jesus in seinem Anliegen absolut ernst zu nehmen. Kurz, in seinem Königreich lebst du anders. Alles Gute dir. Gottes Segen. Tschüss.